Hey, was war es? Schau! Wow! Hey dann! Ich bin voll wieder! Hallo. Ja, ich habe ihn mit der Schäuble auch nicht getroffen und ich habe dir auch mal ein Geld geschenkt. Ja, dann fragen mich, warum das du nun lebst. Was gibt es hier? Was? Was? Das ist fast schon gut. Du wirst ja noch nicht verraten. Ja, du wirst ja noch nicht verraten. Ja, du wirst ja noch nicht verraten. Ja, das ist ganz klar, ich geb dir drei Hellers und du stellst noch. Ja, du gibst mir zwei und ich stell nicht mehr, oder was? Ja, schau her! Können Sie vielleicht eine geistreiche Konversation auch ein bisschen leise flutten? Ist das besser, oder? Ja, super! Ja? Ja? Ja! 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 Weißt du? Das macht jeder so! Ja, ich war ein Problem, ja! Flüchtig! Ja! 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 Ja, das ist ganz klar, dass der... Ja, das ist ganz klar, dass der... Du hast zu ein'n Nackt, was schon bloß, weil ich das Ding da auch nimmer koh! Ich hab kurz gedacht, ich bin zufrieden. Die Gehts von Lukulus. Ey, der spielt ja so nicht mit. Ja, der hat die ganze Stadion gespielt, das ne? Na ja. Weil wir bloß nicht mal durchschlagen. Was ist das denn ganz gut? Ich bin so, oder? Wie hört's noch? Vielleicht sollst du da mal auch fressen. Was ist denn schon Schluss? Geh, jetzt vorhabe. Dass wir die Lohspaß. Wenn ich nix da fühlen, sie sind schlechter, sind sie so... ...un guten Sachen gemacht. So, was läuft da eigentlich? Auf meinem Fall hab ich einfach die Dressaue nicht. Schon gleich.